Hallo, guten Morgen. Heute ist der 15. Mai und der Lothar Geburtstag. Happy Drafting. Danke. Wir sind auf dem Weg von Saison nach Parcassonne. Wir sind gerade vom Campingplatz hier in Carcassonne gestartet und wandern jetzt zur La Cité, der mittelalterlichen Stadt. Da sieht man schon ein paar Töne aus. Das werden wir uns anschauen und hoffen, dass das Wetter hält. Was für ein tolles Teil. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sonne. Ja. Wacht sich nur wie lange. Endlich mal wieder. Ja. 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 das ist. Untertitelung des ZDF, 2020